Oh, fuck. Liebe Grüße geht raus an Isabel aus Hohenschönhausen. I made it. Also zumindest zum Kaffee, zum Katzencafé. Ich stehe jetzt davor. Gleich geht's los mit der 1000 Euro Challenge. Ich habe es in einem Kissen. Also, damit ihr es seht, ich zitter gerade schon. Oh, fuck. Oh, mein Gott. Guck, ich habe es ja gepasst. Ah, ah, ah. Oh, fuck. Da kommt die nächste Katze. Ich kann gerade gar nicht richtig atmen. Schwierig. Es ist sehr schwierig. Es ist gerade sehr, sehr schwierig. Oh, fuck. Oh, fuck. Du hast es gestärkt. Ey, 98 Minuten gelacht, geweint, gezittert, Herzrasen gehabt, komplette Panikattacke. Dann war wieder alles cool, dann wieder Panikattacke. Long story short, I made it. Sorry, Isabel, keine 1000 Euro für dich. Und ich bin jetzt offiziell euer Endgegner. Kiss FM, der Beat von Berlin, der Beat. Kiss.